Diese Woche hat eine Nachricht in der Premier League und vor allem bei Manchester City für richtig viel Furore gesorgt, nämlich dass Manchester City womöglich aus der Premier League geschmissen werden könnte. Die Gründe dazu klären wir gleich auf. Das Gerücht dazu lautet, aufgrund dieses Rausschmisses könnte Bayern jetzt bessere Chancen auf einen gänzlichen Transfer von Cancelo haben. Ist das true or not true? Das ist true. Über 100 Verstöße wurden der Premier League gemeldet. Manchester City muss um die Zugehörigkeit der obersten englischen Liga bangen. Sollten sich wirklich diese Vorwürfe bestätigen, dann droht ein Ausschluss oder ein Zwangsabstieg, zumindest in die zweite Liga. Und dann ist die große Frage, was passiert mit den Spielern, was passiert mit den Stars? Sind ihre Verträge noch für die anderen Ligen gültig oder wollen sie dort überhaupt spielen? Ja, und da kommt natürlich auch ein bisschen Hoffnung auf bei Joao Cancelo. Ich hatte mit Hasan Salihamidzic im Gespräch, da hat er gesagt, er ist unser absoluter Wunschspieler gewesen. Seit vier Jahren sind wir an ihm dran, aber wir haben ihm auch klar sagen müssen, die Ausstiegsklausel von 70 Millionen Euro, die Bayern berechtigen würde, ihn im Sommer zu kaufen, die ist aktuell für den FC Bayern nicht vorstellbar. Viel zu hoch. Allerdings sollte natürlich City die Premier League-Zugehörigkeit verlieren, besteht da natürlich großer Verhandlungsspielraum und macht natürlich den Bayern-Fans ein bisschen Hoffnung, dass das Traummärchen mit Cancelo, der ist ja wirklich kostenlos bisher zum FC Bayern gekommen, noch wahr werden könnte und er wird vielleicht nochmal entschieden billiger. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal.